Yo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem sehr sehr epischen und sehr emotionalen Video für mich Leute und zwar habe ich es geschafft gestern im Livestream oder besser gesagt für euch jetzt vorgestern im Livestream Level 1000 in Black Ops 4 zu erreichen Das ganze war wirklich ein extrem extrem langer Weg, viel Rage, viel viel Spaß mit dabei, viel Schweiß, viele Ausraster, alles mögliche war dabei aber wir haben es jetzt endlich geschafft, der Just Raptor Account ist Level 1000 und heute habe ich für euch einfach was ganz ganz ehrliches vorbereitet und zwar die letzte Runde im Livestream zu Level 1000 die ist wirklich uncut, in letzter Zeit habt ihr nie uncut Videos von mir gesehen diese Folge bzw. diese Runde ist uncut, da sind auch die Donations drin und die Subs die im Stream kamen deswegen wundert euch nicht, ich wollte es einfach so ehrlich wie möglich rüber bringen weil das einfach diese Emotion vermittelt, die ich währenddessen auch selber gespürt habe das heißt ich wünsche euch jetzt gleich wirklich ganz ganz viel Spaß mit der letzten Runde weil das ist auch wirklich noch eine sehr sehr geile und epische Runde geworden ich kann euch nur sagen, die ist wirklich bis zum Ende hin komplett gestört und ich werde euch jetzt gleich ganz am Ende des Videos nochmal meine Stats zeigen einfach meinen Account, wie der jetzt aussieht auf Level 1000, weil das immer sehr sehr viele wissen wollen ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Gameplay und am Ende könnt ihr dann noch meine Stats sehen was ihr natürlich nicht vergessen sollt, gerade bei diesem Video lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da schreibt mir einen Kommentar und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß wir hauen uns jetzt hier einfach raus Leute wie gesagt, letzte Runde musste ich ja quitten sonst hätte ich es durch Matchbonus bekommen aber hier holen wir es jetzt raus wir holen uns jetzt hier einfach raus ich werde jetzt hier einfach gleich Level 1000 sein es wird gleich hier aufpoppen es dauert nicht mehr lange für die Leute die es im Video schauen der Livestream fiebert gerade komplett mit die sind so gehypt es sind einfach nur noch wenige XP es ist eigentlich gar nichts mehr es ist ein Hauch ein Hauch ist es wirklich nur noch es ist, Alter, wirklich das sind Emotionen, no joke jetzt das versteht man einfach nur, wenn man es selber gemacht hat holy shit, jederzeit jederzeit kann es passieren sind es die beiden letzten Kehz hier hinten okay, nein, nein noch ist es nicht noch ist es nicht die nächsten ein, zwei Kills wird es passieren oh mein Gott oh es ist ein Kill oder so noch oder ein Assist, alles mögliche eine einzige Sache eine Aktion ich will die Marke nicht sammeln Teammate, lass meine Marke liegen ist es das wo ist Level 1000 bekommen wir es erst nach der Runde sind wir schon Level 1000 999, immer noch angeblich immer noch es müsste eigentlich da sein ich glaube es wird nicht angezeigt ich glaube es wird nicht angezeigt das müsste schon längst sein das waren nur 1800 EP das müsste gerade schon wir müssen schon Level 1000 sein der Stream eskaliert komplett wir müssen schon Level 1000 sein 100% 100% es geht nicht anders oh mein Gott oh mein Gott ich glaube wir sehen es gleich erst nach der Runde ich glaube wir sehen es gleich erst nach der Runde Max Schufe es steht einfach noch nicht es steht noch nicht noch sind wir quasi nicht Level 1000 offiziell sind wir noch nicht Level 1000 LVL ein 1000 hast du dir so sehr verdient mach weiter so noch mal Sniper Eli Sniper Eli in der letzten Runde noch mal wir geben hier echt noch mal alles ich gebe hier wirklich noch mal alles für euch äh alter das sind so krasse Feelings gerade richtig aber auch gemischte Gefühle weil das so ein kranker Weg einfach war das war so ein Grind das war so ein Grind Digga mir fällt das jetzt erst auf das ist so brutal gnadenlos das ist so gestört noch mal Sniper Eli im selben Leben Sniper Eli noch mal im selben Leben rausgeholt einfach noch mal rausgeholt hier boah fast keine Muni mehr mein Scharfschützenest ist immer noch aktiv und ich hab das nächste immer noch oh Gott was macht mein Sniper Eli was tut er was tut er den Gegnern an das kannst du auch keinem erzählen dass das hier in der Level 1000 Runde alles passiert das kannst du auch niemandem erzählen oh mein Gott alter holy shit das ist so gestört ich hab den nächsten Sniper Eli was passiert hier alles im selben Leben oh mein Gott was macht der Sniper Eli was macht der ich stehe 56 6 ich bin tot weil er Dings hatte weil er Dings hatte oh mein Gott weil er Vision Puls hatte er hatte Vision Puls oh mein Gott die Nuke ist mir so scheißegal Nuke gejoked bin ich gar nicht drauf gegangen die ist mir so scheißegal Hands down Hands down ist mir scheißegal die Nuke ist mir scheißegal in Bio 3 damals haben wir die Nuke auch nicht geschafft das ist mir scheißegal das ist mir so egal da wollen wir jetzt nicht negativ drüber sein wir wollen einfach froh sein dass wir 11.000 haben Alter Alter mein ganzer Körper kribbelt mein ganzer Körper kribbelt das ist das ist un-fucking-real man holy moly guckt mal guckt euch den Feed lieber an man Digga let's fucking go Alter alles kribbelt Leute gleich sehen wir es auch gleich wird es echt angezeigt es wird gleich einfach angezeigt so eine letzte Runde ich hätte mir nichts besseres vorstellen können wirklich wir droppen jetzt hier 70 Kills 70 Kills letzte Runde zu Level 1000 hier 70 71 72 73 es ist einfach krass 73 Kills nochmal Sniper ich glaube es ist der 4. oder 5. in der Runde aber wir wollen es gleich alle noch wirklich sehen wir wollen es gleich alle noch wirklich sehen wie gesagt es ist hier ah hier wird es jetzt schon angezeigt hier wird es jetzt schon angezeigt es wird dort schon angezeigt let's fucking go wirklich nochmal einen scheiß Hund töten in der Level 1000er Runde krank krank wir haben echt die 80 Kills raus ne wir haben wirklich die 80 Kills raus 81 82 82 Kills 82 Kills 84 Kills letzte Runde zu Level 1000 Digga das kannst du doch keinem erzählen Abschuss bestätigt 84 Kills Level 1000 Yes Baby wir sehen es jetzt gleich oh mein Gott oh mein Gott Alter komm Digga gib es mir gib es mir gib es mir gib mir die Level 1000 Digga komm ich schwöre ich bin so am zittern geht gar nicht mehr let's go Digga 1.000 Mann let's go jetzt habt ihr gerade die Level 1000 Runde gesehen Leute und ich bin echt immer noch mega gehypt ihr seht es hier nochmal hier steht es auch nochmal Level 1000 mit dem Black Ops 2 Prestige Master Symbol Digga einfach einfach extrem episch Leute und ich wollte euch jetzt nochmal kurz meine Stats zeigen weil das interessiert immer einige von euch und zwar habe ich hier 52 mal unaufhaltsam 4 Abschussketten das ist ja immer alles in TDM entstanden deswegen da hat man ja manchmal auf so einige Sachen auf so viele Streaks gar nicht so die Chance ich spiele eigentlich fast nur Team Deathmatch wir haben 12 mal Ultraabschuss 36 mal Megaabschuss 50 brutal davon nur 20 Nuklears wie gesagt viele davon auch bei Team Deathmatch wenn die Runde vorbei ist oder man dann einfach nochmal dämlich stirbt das ist ein bisschen unlucky ja wie gesagt 20 Nuklear und ich glaube sonst ist hier immer nicht so viel besonderes ja wir haben insgesamt eine Spielzeit von 17 Tagen und 13 Stunden das ist auf jeden Fall ganz in Ordnung viele von euch würden wahrscheinlich denken okay der hat viel mehr Game Time so aber ich habe ja echt viel gechillt auch und auch eine Zeit lang mal Fortnite oder Apex gespielt das heißt da habe ich nicht so viel Game Time gesammelt aber 17 Tage ist denke ich ganz in Ordnung na wir haben 137.000 Kills beziehungsweise Ekias aber ich nenne es immer einfach Kills 44.000 Tode eine 309 AKD auf die ich wirklich sehr stolz bin auf dem Account weil wie gesagt das war bis jetzt mein einziger Account und ich habe am Anfang halt SMGs gespielt wo die echt schlecht waren und deswegen war meine AKD glaube ich am Anfang auch 2,4 oder so Ewigkeiten lang und dann hatten wir ein Stream Projekt wo ich auf eine 3 AKD gespielt habe und das haben wir dann auch erreicht ich habe 11er Volltreffer Präzision höchste Abschlussserie ist 39 ist jetzt auch nicht weltbewegend wie gesagt ich spiele halt auch nur Team Deathmatch in den meisten Fällen 588 Punkte pro Minute das ist dafür auf jeden Fall sehr sehr gut und Schaden pro Spiel 3500 ist auch nicht schlecht ja sonst kann man hier glaube ich auch nicht so viel zeigen ich habe ja Meisterkiller aber das ist in dem Game eh nicht so schwer und ja das ist auf jeden Fall das was es jetzt zu sagen gibt zu den Steps ich hoffe euch hat das Video gefallen wie gesagt wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da das nächste Video ist dann das Video in dem ich erzähle wer alles in dem neuen Call of Duty Clan von mir ist das heißt seid darauf auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video und haut rein und dann lasst einen Daumen nach oben bis zum nächsten Mal Okay.